Der Herbst, der ist so schön bei uns. Das muss man einfach mit nach Hause nehmen und da bietet sich einfach an, wenn man einen Kranz bindet. Es ist so bunter hier oben und die Vielfalt und in dem Licht. Es macht massmäßig Spaß da draußen zu arbeiten und was zu produzieren mit den Händen. Sonst ist man ja immer viel am Computer und macht viel Denkarbeit und so kann man sich so richtig entspannen. Es ist ja positiv, man hat ja daheim was Schönes stehen und was ihm viel Freude bereitet. Ich mache die Dekoration bei uns im Hotel und wenn es die Zeit erlaubt, mache ich das natürlich liebend gerne selber in der Natur draußen. Wir haben einen riesigen westigen Bastelraum mit allen möglichen Dekorationsmaterialien, die wir selber in der Natur sammeln. Bei uns wächst so viel, da kann man ruhig mal ein bisschen was mitnehmen für die Dekoration nach Hause und ja, das machen wir.